servus glück auf herzlich willkommen zu einem weiteren fc bayern druck ja leute diesmal möchte ich mal die aktuelle transfersituation bei uns ein bisschen bewerten und einfach mal meine meinung dazu kundtun wir haben jetzt neuen linken ja neuen rechten verteidiger in mazuri wir haben einen gravenberg verpflichtet und wir haben einen sadio manet verpflichtet meine persönliche meinung drei sehr sehr gute transfers wenn ein manet auch mit einem jahr vertrag in meinen augen relativ teuer ist aber klar vom marktwert her und vom leistungspotenzial her ist das geld wert keine frage aber ansonsten drei sehr sehr gute transfers auf der abgabenseite haben wir bisher nur magrocker stehen glaube für 12 bis 15 millionen je nachdem welche boni da noch kommen muss man auch sagen dass wir da noch zehn plus millionen bekommen haben dafür dass er die letzten zwei jahre kaum gespielt hat ist auch ein sehr sehr guter verkauf wünschenswert wäre natürlich noch ein verkauf von saar wobei sich das schwierig gestaltet wenn man guckt was er verdient ja keine ahnung das ist auf jeden fall minus geschäft wie man sehen ob man ihn los wird oder nicht ich denke da geht es gar nicht darum eine ablöse zu generieren denke da geht es eher darum das gehalt einzusparen ich glaube wir sprechen da irgendwas von vier millionen oder sowas muss man mal abwarten ansonsten sehe ich noch den sabitzer als verkaufskandidaten da sind wir angeblich ab 15 millionen gesprächsbereit wenn man dann jetzt sieht oder hört dass wir dafür ein leimer verpflichten wollen von rb leipzig ja würde es sich ja vielleicht an tauschen die beiden anbieten die beiden einfach auszutauschen hört sich scheiße an aber ja dies hat die frage ob leipzig da bock drauf hat wenn wenn ein sabitzer unbedingt wechseln wollte ihn wieder zurückzunehmen ist also die andere sache das wird noch sehr interessant zu sehen sein ansonsten ein richards also der innenverteidiger steht auch im raum dass er verkauft wird da ist die tsg hoffenheim wo er halt ausgeliehen war ansprechpartner nummer eins denke ich da muss noch mal abwarten ich denke da werden auch zehn millionen im raum stehen denke ich vielleicht mit boni auf 15 oder sowas keine ahnung er hat auch eine einnahmemöglichkeit und ansonsten haben wir natürlich die beiden problemfälle einmal mit lewandowski wo ich immer noch der meinung bin verkauft ihn ja ich mache mir im basseil die taschen auf macht 50 mille hinlegt tschüss levi hau rein zu der art und weise was levi abzieht sehe ich keine zukunft bei uns sage ich euch ganz ehrlich wie es ist wenn man klar würde man irgendwo sein gesicht verlieren von wegen soll den aussagen levi bleibt auf auf jeden fall basta punkt aus würde man dann schon irgendwo ein bisschen glaubwürdigkeit verlieren ja allerdings hat diese glaubwürdigkeit im profi fußball auch wirklich niemand mehr mal ehrlich ist ja ich würde mir schon wünschen dass man da irgendwie ein zeichen setzt und sagt so ja levi bleibt zu not setzt man ihn auf die tribüne aber ich denke auch das können wir uns nicht leisten wenn dann müsste man echt knallhart sagen ja die wie bleibt entweder ist das verhalten so und so sollte er einmal dagegen verstoßen setzen wir ihn auf die tribüne und er trainiert nur noch alleine nicht mit wird von der mannschaft halt isoliert mal ich denke wie will man das einer mannschaft verkaufen wie will man einer mannschaft so ein spieler verkaufen solche aussagen trifft wie soll dann ein zusammenhalt in der mannschaft da sein ja ich denke das kannst du auch offen ganz normalen amateur fußball oder auf irgendeinem anderen mannschaftssport projektieren da muss man kein prophet sein das vorherzusagen ja dass da nicht friede freude eierkuchen da sein wird und ich denke dass wenn das so ist das haben wir im letzten jahr in der rückrunde gesehen was das mit einer mannschaft macht ja dass wenn dieser zusammenhalt diese schlechte stimmung also der zusammenhalt nicht so da ist diese schlechte stimmung im kader ist was das anrichten kann das haben wir in der rückrunde gesehen und deswegen bin ich immer noch ganz ganz klar für ein verkauf von nevi ja auch wenn man da ein bisschen so das gesicht verliert von wegen die wie bleibt und basta und die hoffnung da ist ja wenn er bleibt dass er dann noch mal verlängert um zwei jahre und so weiter und ja das ist super schwer ist nevi zu ersetzen auch keine frage ja aber ich wie gesagt ich kann es mir nicht vorstellen wie soll das funktionieren das hat leistung leistungsfähig alles geben kann alles gut aber gerade mit spielern die ich schon nicht so gut auf nevi zu sprechen sind ja wie soll das funktionieren also die stimmung wird einfach im arsch sein in der mannschaft ja wenn du spieler da hast die eigentlich gar nicht da sein wollen klar kommt es dann immer noch so ein bisschen darauf an wie verhält sich der spieler aber auch das wird dann ein dauerthema sein die ganze saison über und das ist alles nicht förderlich ja da muss man ja da muss man klare nägel mit köpfe machen und klar kann man sich immer noch dahin stellen als als fc bayern und sagen ja wie ich gerade halt auch argumentiert habe ja das ist halt einfach absolut keinen sinn macht einen spieler zu halten der nicht mehr bei dem verein bleiben will und dass man halt dann durch diese aussagen die ablöse bekommen hat die man haben wollte und gut ist klar wird man da trotzdem ein bisschen glaubwürdigkeit verlieren aber ich denke glaubwürdigkeit und profi fußball sind mittlerweile auch irgendwie zwei sachen die sich ausschließen das muss man auch ganz klar sagen ja das andere sorgenkind serge knabry ist für mich in meinen augen der mann e transfer auch ein klares zeichen ja und wie gesagt in meinen augen hat brad so bisher ein super 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 job gemacht haben so viel man auf dem brad so drauf umgehauen hat so die letzten monate ich denke aktuell gibt es nichts was man ihnen vorwerfen kann grafenberg verpflichtet super interessantes talent für relativ kleines geld wir haben einen ablösefreien rechtsverteidiger bekommen klar wird da ein gewisses handgeld geflossen sein aber das wird sich auch im rahmen gehalten haben und wir haben sadio mann jeden absoluten superstar verpflichtet vom fc liverpool was man glaube ich so dem fc bayern auch nicht zugetraut hätte auch wenn man so mal die letzten wochen so ein bisschen die öffentlichkeit liest und diese drei spieler wollten alle zum fc bayern ja das ist doch das wichtige grafenberg hat das relativ frühzeitig gesagt dass er nur zum fc bayern möchte wurde überzeugt hat bock ein mats ruhig genauso und einmal die auch genauso ja da waren keine gedanken ja ich gehe zu dem und den klub oder so was da war der gedanke ich möchte zum fc bayern und deswegen freue ich mich auf diese drei spieler ganz besonders und ich denke das ist der way to go ja deswegen ein knabry muss meinen augen auch weg wer sich so verhält wie er sich gerade verhält und eigentlich versucht er nur dem verein hinzuhalten damit die transferperiode vorbei ist und er dann da sitzt mit dem auslaufenden vertrag und sich dann irgendwo das handgeld rein schieben kann das ist zumindest den eindruck den ich gerade habe vom knabry weil man kann sich ansonsten halt ja man kann sich klar äußern punkt man kann sagen jo alles klar ich möchte beim fc bayern bleiben das gehalt ist mir allerdings zu wenig da möchte ich gerne verbessertes angebot haben oder man sagt halt nee ich möchte nicht beim fc bayern bleiben und dann wechselt man den verein und zwar jetzt ja und nicht in nächstes jahr wo man dann sagen kann ja supi ich kann mir noch 20 25 30 millionen handgeld irgendwo reinschrauben ja das ist kein verhalten das ist kein verhalten und ich hoffe dass brazzo und der gesamte verein da nägel mit köpfen macht ja man muss da knallhart den spieler jetzt jetzt die pistole auf die brust setzen und sagen hier du hast zwei wochen zeitig zu entscheiden ansonsten wirst du verkauft punkt ja man kann sich nicht weiterhin von den spielern auf der nase rumtanzen lassen und wir haben alle gesehen wie es wie es läuft in einem fall von alaba ja da hat auch niemand damit gerechnet dass ein alaba am ende des tages sagen wird ja ich verlasse jetzt den verein es hat niemand damit gerechnet dass man sich nicht einig ja und deswegen ich denke beim knabry ist es ziemlich offensichtlich was sein ziel ist und ja das dürfen wir nicht mit uns machen lassen ja weil ich denke auch da bei einem jahr vertrag sind da locker noch 30 30 millionen im raum die man da kassieren kann und die sollte man mitnehmen ich denke wir haben den optimalen ersatz gerade eben verpflichtet mit mani ich sehe da kein land für knabry sage ich euch ganz ehrlich ich denke koman wird gesetzt sein links mani bitte rechts gesetzt sein wenn wir nicht klar sollten wir kein mittelstürmer jetzt noch irgendwie verpflichten wovon ich aber ausgehe dass wir noch ein verpflichten wenn der newandowski wechseln sollte da könnte man argumentieren ja einmal nicht spielt als als mittelstürmer bei uns dann hätte knabry mit sicherheit weiterhin einsatzzeiten weil sané jetzt auch nicht so mega gut ist ja wie gesagt also meine meinung ganz klar levy und knabry weg und spieler die ich meine wie lange geht das jetzt beim knabry das geht auch schon über ein halbes jahr dass man da angebote macht angebote macht angebote macht und der spieler einfach nur nach hinten hinhalte taktik fährt trotz gute angebote sich nicht ausscheißt und wirklich nur versucht ja ich versuche mal ob ich über die transferperiode hinweg kommen weil dann krieg ich nicht ja hast handgeld die spieler stellen sich immer dahin und quatschen einfach wertschätzung und so weiter ja das ist auch keine wertschätzung für den verein es ist völlig okay wenn man sagt ja ich möchte nicht beim fc bayern bleiben warum auch immer spielt gar keine rolle ja sei völlig dahingestellt welche gründe dahinter stehen ob er mit seiner posi nicht zufrieden ist mit der defensivarbeit die er bei uns verrichten muss sonst irgendwas im nagel zumal nicht klarkommen ob man furz quer sitzen hat spielt ja keine rolle wenn spieler sagt er möchte nicht mehr beim fc bayern bleiben völlig okay dann wird er verkauft und beide seiten haben was davon und gut ist ja so wie es nevi gerade gemacht hat ja das muss man die wie auch mal zugute halten ja ja klar die art und weise ist unterste schublade auch da hat in meinen augen halt auch der verein fehler gemacht wie gesagt wenn so verdienter spieler sagt jo ich möchte den verein verlassen ja dann sollte man ihn keine steine in den weg legen sondern sagen ja hier levi such dir einen verein der 50 miller bringt und du kannst wechseln punkt da muss man nicht so ein affen in der öffentlichkeit machen wie ja nein auf keinen fall und ja hätte man sich schenken können ja weil auf der einen seite beschwert man sich über alaba ja der das so hinausgezögert hat und dann ablösefrei gegangen ist und sich das handgeld schön ordentlich rein reingeschoben hat was übrigens derselbe berater war wie beim levi den er extra dafür verpflichtet hat und jetzt beschwert man sich das halt ein an die wie sagt ja ich möchte gerne wechseln ich möchte nicht mehr beim fc bayern bleiben auch da der grund sei völlig mal dahingestellt ich meine hat den grund ganz klar kommuniziert seine aussagen sind in meinen augen absolut lächerlich und ja auch da reden wir von wertschätzung gegenüber dem verein als spieler ja die ist halt auch null gegeben aber am ende des tages ist der grund egal wenn er wechseln möchte ja völlig okay wie ich gerade sagte dann sagt man als verein hier das ist unsere schmerzgrenze 50 mille dann kannst du wechseln und man sucht sich einen anderen stürmer punkt wir brauchen keine spieler die nicht sich mit unserem verein identifizieren können und wenn ein spiel danach ich weiß gar nicht wie lange nevi da war acht jahre ne acht jahre nicht so viel ist auch egal wie lange er bei uns im verein war ich denke er hat natürlich mega zum zum erfolg des vereins beigetragen aber genauso umgekehrt ja das muss man aber ganz klar sagen also das spiel war immer komplett auf levi zuschnitten wir haben nie einen ernsthaften ersatzstürmer verpflichtet wenn dann haben wir irgendeinen backup verpflichtet der von vorne rein wusste ja ich mache mal drei vier spiele im jahr und sich dann so von einem verein der ein halt auch zweimal zum weltfußballer gemacht hat der insoweit gepusht hat dass er sämtliche rekorde von dem stürmer schlechthin was geld müller war gebrochen hat sich dann so von einem verein zu verabschieden und den fans quasi so ins gesicht zu spucken mit dem verhalten ist absolut ein absolutes trauerspiel aber wie gesagt meines erachtens hat der verein da auch ganz klaren fehler gemacht man hätte von vornherein sagen sollen ja hier 50 mille wenn jemand zahlt kannst du gehen zahlt niemand gehst du nicht punkt ja dann hätte sich keiner beschweren können alle wären zufrieden gewesen sich dahin zu stellen und zu sagen nein lewandowski bleibt und basta ist in der heutigen zeit nicht zeitgemäß wie gesagt das einzige was der fc bayern machen könnte wäre das knaller durchzuziehen aber ihn auf die tribüne zu setzen und ihn vom team zu isolieren ja dann würde man halt auf 75 millionen verzichten und hätte ja ein jahr trotzdem immer irgendwo gesprächsbedarf aber das wäre das einzige was man machen könnte das wiederum wert dann aber auch keine wertschätzung den spieler gegenüber was man dann auch argumentieren kann von daher war diesen waren diese dummen waren diese aussagen einfach dumm zu sagen ein lewandowski bleibt und basta meines erachtens nach man hätte sagen können ja wir wünschen uns sehr gerne dass lewandowski bleibt aber sollte das alles irgendwie nicht möglich sein ist unsere schmerzgrenze da und da und dann wäre gut gewesen aber gut was geschehen ist geschehen da bin ich sehr gespannt wie es da weitergeht also ich kann mir persönlich nicht vorstellen dass das noch mal zu kippen ist ja klar kann können wir jetzt darauf bestehen und sagen ja alles klar wir verkaufen ihn nicht erst noch ein jahr da dass man dann die hoffnung hat zu sagen ja ein lewandowski verlängert dann noch mal zwei jahre ich denke was können wir uns abschminken das hat er in dortmund gezeigt dass er in der wechsel möchte wechsel möchte weil er war dasselbe theater da ist es nur nicht so in die medien gedrungen aber auch da ist er dann nach dem einen jahr gewechselt und gut jetzt ist das alter ein anderes und so weiter keine frage aber ich denke das können uns abschminken und wie schon sagte ich denke nicht dass das für das mannschaftsklima gut ist wenn man spieler da hat die eigentlich nicht da sein wollen und deswegen weg für mich gut als ersatz stehen ja mehrere namen im raum benevi kalasic von stuttgart ein challer oder challer wie man ihn auch immer ausspricht von ajax ja gut das ist natürlich auch überall prominente konkurrenz mit dortmund zum beispiel die auch an beiden spielern dran ist ja schwierig weiß ich nicht ansonsten habe ich ja auch schon im anderen video angesprochen gehabt ein cx kommt zurück ja da hat eine gute saison gespielt bei anderlecht klar kannst du jetzt anderlecht nicht mit dem fc bayern gleichsetzen aber er hat da auf jeden fall die nächsten schritte gemacht und wie ich auch schon sagte mit mann haben wir natürlich auch ein spieler typ der auf der neuen spielen kann ist natürlich kein nevi oder kein klassischer mittelstürmer typ aber sollte es damit im cx zum beispiel nicht klappen hätte man halt jemanden als ersatz und wir haben ja auch glaube ich noch immer den schub am stüssel war ja ich weiß ich weiß ich brauche gar nichts sagen zum schubo ja wird auf jeden fall sehr interessant zu sehen sein was da noch passiert wie gesagt für mich ist halt auch sehr sehr wichtig dass man dass man sich auch vom knabry nicht offen auf der nase rumtanzen lässt wie ich auch schon vor vor ein paar wochen sagte in dem video zur neuen saison muss einfach alles geregelt sein ja es muss klar sein wir haben keinen auslaufenden vertrag die spieler die da sind wollen alle da bleiben dieses dumme ganze scheiße letztes jahr mit den auslaufenden verträgen mit den verhandlungen mit von fehlender wertschätzung gelaber und den ganzen miss dass das stört halt einfach eine mannschaft und das hat man in der rückrunde ganz klar gesehen ja dass das alles nicht mehr so harmonisch ist war wie es sein soll und ja das gilt es zu ändern punkt ja und dann gehört zeit für mich dazu dass ein knabry und newandowski verkauft werden fertig aus gut nächster problem kind habe ich ja vorhin schon angesprochen marcel sabitzer mit gravenberg denke ich haben wir drei sehr sehr gute zentrale mittelfeldspieler jetzt mit kimmich und koretzka dabei was ich auch schon in dem video sagte in meinen augen wenn der nagelsmann so spielt wie er letztes jahr gespielt hat mit kaum rotation immer dieselben elf spieler auf das egal ob die gute leistung gebracht haben oder nicht reichen drei völlig aus aber wir wollen ja unbedingt noch ein leimer verpflichten dann muss ein sabitzer zu 100 prozent gehen was willst du mit fünf zentralen mittelfeldspielern ich auch schon sagte ein kimmich ein koretzka auch ein sabitzer sehe ich jetzt nicht als rechten oder linken mittelfeldspieler erst recht nicht in diesem system die wir spielen mit unseren außen außen mittelfeldspielern ala koman sané mann und vielleicht sogar noch knabry ja wir haben dann zwei positionen ja die zehner position ist auch dicht mit müller und musiala ja du hast die sechs und die acht dafür hast du dann jetzt schon drei spieler bzw aktuell sogar vier mit dem sabitzer nimmt man da noch einen jahren zu der auch ein sechser spielen kann mit dazu wenn sogar fünf also von daher ist auch ein absolutes überangebot wenn man da noch daran denkt an unsere amateure die wir angeblich auch noch mit einbinden wollen so ein paar wander zum beispiel was ja hochgelobt wurde und so weiter wo sollen die dann noch irgendwo spielzeit bekommen ja das ist gestaltet sich schwierig also von daher auch da wird sehr interessant sein ja irgendwo hätte ich mir gewünscht dass wir mal sabitzer sehen wie wir wie man wir in leipzig war aber ich denke das wird beim fc bayern nicht passieren ich denke er hatte letzte saison genug chancen hat dann auch mal eine gute halbzeit gehabt wo man dachte jetzt ist der knoten geplatzt und dann spielt das nächste spiel von anfang an und es war wieder eine absolute grotten leistung auch da wird werden wird mit sicherheit einiges reingespielt haben von wegen nicht so die stimmung im team und so weiter dann ist es auch schwer als neu zugang da irgendwie dann das heft des handelns in die hand zu nehmen und so wenn man als kapitän von einer anderen mannschaft kommt und sowas ist natürlich alles nicht so einfach bin ich voll dabei aber wenn man dann halt vorher eine woche vorher oder drei tage vorher so eine gute leistung gebracht hat muss man sie dann einfach auch bestätigen und wenn man dann mal drei vier so gute leistung hintereinander bringt dann kann man halt auch ganz anders auftreten aber das war halt einfach nicht der fall und ja ich sehe gerade jetzt auch mit dem wechsel vom gravenberg sage ich ganz ehrlich sehe ich ein sabitzer bei uns gar nicht habe ich auch schon mal am jahresabschluss gesagt dass er für mich ein verkaufskandidat ist und ja er war absoluter wunsch transfer von nagelsmann ja dann hat der nagelsmann da aber auch zu wenig raus gemacht muss man mal ganz klar sagen dafür das absoluter wunsch transfer war hat dann auch ewig lange auf die bank versauern lassen ja auch ein leimer wäre dann wieder im wunsch transfer von nagelsmann ob der dann irgendwie anders einschlägt wie ein sabitzer sei auch mal dahingestellt weil natürlich hast du dann trotzdem ein kimmig koretzka unten gravenberg da ja also wir haben nur zwei plätze also von daher muss ein nagelsmann auch seine seine philosophie dann komplett mal ändern ja muss man ein bisschen mehr zum zum rotierer werden und nicht sagen ja das ist meine erste elf ja die sind eingespielt die spielen immer weil es ist so ja ein kimmig war völlig überspielt es haben spieler gespielt die absolut nur leistung gebracht haben aber dann auf der anderen seite sich immer dahin zu stellen und sagen ja es geht hier nur nach leistung und bla und silz ja ging es nicht müssen uns nichts vormachen das muss sich ändern von trainerseite meines erachtens nach in der nächsten saison ansonsten brauchst du den kader halt auch nicht so verstärken wie wir ihn gerade verstärken dann kannst du halt sagen ja ich in den 15 spieler wenn eh immer die gleichen elf spielen egal wie die leistung ist ja aber dann hast du halt auch das was wir letzte saison hatten ja dass die spieler gar nicht mehr an ihre leistungsgrenze gehen mussten ja guckt euch in knabry an guckt euch in sané an einer von den beiden musste spielen weil sonst keiner da war ähm guckt euch in kimmich an guckt euch in koretzka an es gab konkurrenz die nie aufgestellt wurde mit magrocker zum beispiel ähm ja das muss sich ändern in der neuen saison ganz klarer fall und selbst wenn ich mal mit mann ist ist eine granate da aber selbst wenn der jetzt nicht da wäre und es wäre nur ein sané und knabry da und beide bringen keine leistung da müssen beide draußen sitzen punkt ja da muss ein misala dahin oder es wird ein davis nach vorne geschoben und ein bildschatz spieldinger verteidiger oder ähm alle einander spieldinger verteidiger und wir haben uppa und pava als innenverteidiger und davis geht ein vor punkt wenn die leute keine leistung bringen keinen bock haben dann müssen sie draußen sitzen anders werden die leute das auch nicht lernen ja und denke das wird auch ein problem gewesen sein in der rückrunde dass natürlich andere spieler das auch sehen die sehen ich bekomme gar keine chance ich reiße mir den arsch auf der spielt immer obwohl er keine leistung bringt das geht nicht ja und da muss ich beim nagelsmann in der kommenden saison auch er muss in der hinsicht muss er sich um 360 grad drehen ansonsten wird das seine letzte saison bei uns sein prophezei ich so gut das ist meine meinung zum 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 zentralen mittelfeld ich denke 10er position brauchen wir nicht drum herum reden da ist müller und juzalla am start da sollte alles gut sein ansonsten sind wir können die position immer kurz durchgehen die neuen ich persönlich sehen die wie nicht mehr bei uns ähm da müssen wir jemanden verpflichten ähm da gibt es viele kandidaten wie gesagt wir haben noch ein zierg c in der hinterhand wir haben schuppo in der hinterhand schuppo wird jetzt nicht mehr der megastar werden ja ist halt auch schon alter sack ein zierg c wird potenzial haben ob er es abrufen kann wird man in der vorbereitung sehen wo er erstmal da sein wird ähm ansonsten klar wenn du ihn verkaufst wirst du wahrscheinlich auch um die zehn millionen irgendwo kriegen ähm und wenn du dann irgendwie ein den von ajax haller oder haller oder wie man ihn auch immer ausspricht äh um die 35 millionen kriegst wobei er auch erstmal die saison bestätigen musste die ein ajax hatte aber die er hatte war natürlich mega stark ähm ja warum nicht war potenzial ist da auf jeden fall und da liegt es halt auch am trainer das dann ähm mit dem spieler zusammen umzusetzen ansonsten ist kalacic von stuttgart im gespräch ist jetzt nicht so der mega knipser in meinen augen müsste da auf jeden fall noch ein paar schritte machen aber ist natürlich noch ein junger spieler ähm ja und vielleicht werden wir auch noch überrascht vom bratzung also da ist auf jeden fall noch äh handlungsbedarf auf der neun in meinen augen klar wenn man auf dem levy festhält besteht da gar kein handlungsbedarf das ist auch klar auf den außen aktuell command für mich links gesetzt ähm rechts mit manee ist der manee für mich gesetzt ähm dahinter ist ein sané ich denke nicht dass da irgendwie ein angebot reinkommen wird die werden wir auf jeden fall noch ein jahr haben in dem jahr muss er jetzt aber auch liefern er muss konstant werden er hat so eine super hinrunde gespielt wenn er so jedes spiel bei uns spielen würde ja dann wird es auch schwierig werden ja jetzt mit dem kuman und money muss man auch ganz klar sagen wäre dann sehr interessant wird eine schwere saison haben wird eine ganz ganz schwere saison bei uns haben ähm ich bin sehr gespannt äh wie sich das entwickeln wird sollte da irgendwie ein angebot reinkommen könnte ich mir sogar vorstellen dass dass wir nicht abgeneigt wären ihn abzugeben ähm knabry ja habe ich alles zugesagt in meinen augen muss er muss ja verkauft werden ähm oder er muss halt verlängern ja wenn der trainer der verein von ihm so überzeugt ist da muss man nägel mit köpfen machen den vertrag jetzt verlängern und ähm gut ist 10er position habe ich schon gesagt ist müller und misaller ich hoffe auch da wird nagelsmann mal ein bisschen mehr eier haben und halt müller auch einfach mal draußen lassen müller hat auch immer viel viel schatten ja hat teilweise auch richtig schlechte spiele gemacht ja er ist vorne der taggeber von wegen wann wir pressen hin und her verlängerte arm von trainer auf dem platz hin und her aber auch da muss mehr rotation kommen ein misaller muss mehr spielzeit bekommen viel viel mehr spielzeit in meinen augen und wenn er nun mal die position hat mit müller ja da muss man halt schauen wie es ist und jeder eine halbzeit und da muss ich müller dann halt auch mit begnügen in meinen augen meine meinung oder halt der müller halt auch einfach mal ein zwei spiele mal pause haben in der bundesliga und müsse da halt da auflaufen ähm juzalla auf der acht gerade jetzt auch im hinblick von der verpflichtung von gravenberg wäre für mich absoluter schwachsinn ja und von der sechs ganz zu schweigen er ist für mich ein 10er der mann hinter der spitzen das super super quirlig super dribbling und ja es gibt für mich keine andere position ja man könnte ihn vielleicht noch auf den halb positionen bringen oder auch mal ganz außen durch sein dribbling auch da kann er keine akzente setzen aber nicht auf der sechs oder acht auch wenn er gute spiele da gemacht hat ja auf der position aber ist in meinen augen verschenkt ja auch da muss nagelsmann mehr eier haben und die müller dann auch mal mehr verschnaufs pausen gönnen gut gehen wir eine position nach hinten sechs und acht können wir in einer position abhandeln haben wir halt kemich koretzka und jetzt gravenberg muss aktuell noch sabica ähm sehe ich auch keinerlei probleme selbst wenn wir nur drei leute haben ähm wenn wir vier haben absoluter luxus aber dann muss halt auch rotiert werden ein gravenberg ist für mich ein mega talent wird spielzeit aber auch benötigen ja und ich denke er hat sogar das potenzial ein koretzka richtig feuer zu machen ihn sogar zu verdrängen wenn er das potenzial was man so gesehen hat bei uns auf dem rasen bekommt dann kann sich ein koretzka warm anziehen und ich denke ein koretzka braucht auch mal ein bisschen feuer unterm arsch weil die letzten leistungen waren jetzt nicht wirklich überzeugend in meinen augen wenn wir dann noch von einem leimer reden so der so die pressing maschine sein soll ja dann wird es ganz eng war ein sabica muss dann definitiv gehen aber mit vier leuten wird es richtig eng guten koretzka ist meistens auch so die drittel mindestens verletzt der saison hatte ich schon richtig aber auch dann muss halt auch rotiert werden ja und nicht immer nur die gleichen zwei auflaufen lassen also und auch nicht immer nur die gleichen zwei anfangen lassen und 60 70 minuten spielen lassen und dann die die hinten dran stehen für 20 minuten mal rein oder für zehn minuten so wie man es mit dem rocker gemacht haben das bringt halt nichts dafür muss man auch keinen 19 jährigen verpflichten er braucht halt einfach spielzeit von daher ich persönlich weiß nicht wirklich was ich von 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 einer leimer verpflichtung halten soll persönlich würde auch ein sabica verkaufen selbst wenn wir nur diese drei spiele auf der position hätten weil wir haben es letztes jahr gesehen da hatten wir auch vier spiele auf dieser position wie viele minuten hat einmal grokka bekommen wie viele minuten hat ein sabica bekommen gefühlt keine ja ein tolisso hat die spiele bekommen wenn ein koretzka nicht da war war ein tolisso nicht da hat ein musala die spiele auf der acht bekommen ja darf man auch nicht vergessen musala kann zur not auch auf der acht spielen von daher sehe ich das nicht unbedingt dass wir da vier spieler für diese zwei positionen brauchen deswegen ich wäre da mit dem kim ich koretzka und grafenberg sehr zufrieden wegen mir kann ein sabica wechseln er hat es bei uns nicht gepackt und ich denke nicht dass das bei uns noch packen wird ich glaube nicht dass er gegen diese drei spieler mehr spielzeit in der kommenden saison kriegen wird selbst wenn einem nagelsmann bereit ist mal zu wechseln weil ich denke ein nagelsmann ist dann eher mal bereit ein musala auf die acht zu stellen und koretzka eine position weiter nach hinten anstatt irgendwie dem müller da viel spielzeit wegzunehmen meine prognose wenn man dann noch ein leimer verpflichtet sage ich auch ganz ehrlich weiß ich nicht wofür man grafenberg verpflichtet hat weil soll man jetzt 19 jährigen wieder so ein spieler vor die nase setzen i don't know klar wenn nagelsmann sich um 500 grad dreht habe ich ja schon gesagt und wirklich dann mal anfängt zu rotieren und auch bei den stammplätzen also bei den startformationen anfängt zu rotieren ja klar dann kann man sagen ja auch viel viel gute spieler wir haben sehr sehr breiten karl sollte sollten ein zwei mal wegbrechen gar kein problem wir haben zwei super spieler dahinter aber da muss man auch alle spieler einbinden ja und nicht so wie es in der letzten saison war ja die 13 spieler spielen immer der rest ist mir scheißegal das geht dann definitiv nicht mehr das wird sehr spannend zu sehen sein in meinen augen gut kommen wir zu den innen verteidigern oder erstmal zu den außen verteidigern linker verteidiger davis ganz klar gesetzt wir haben noch in richards der seine aufgabe auch in meinen augen sehr sehr gut immer gemacht hat hat auch sehr sehr wenig spielzeit gehabt deswegen unter der berücksichtigung hat das wirklich sehr gut gemacht wir haben ein lucas hernandes der linker verteidiger spielen kann wo ich auch denke dass er wahrscheinlich so die erste alternative sein wird da sind das brauchen wir auch nichts wir brauchen da nichts auch da ist ja ein zusa von von stuttgart im gespräch ja keine ahnung sagen wir wie wir hauen knabry weg ja wir bekommen noch ein unmoralisches angebot für insani beide würden gehen dann sieht man davis ein nach vorne ja dann haben wir wieder drei außen spieler vorne dann könnte man über den verteidiger sprechen so sehe ich das nicht wir haben davis wir haben noch wie gesagt den richards der ein guter mittelmäßiger bundesliga backup ist und wir haben in herrnandes noch einen starken backup der auf der posi spielen kann obwohl ich persönlich in herrnandes mehr als in verteidiger sehr ja aber ich kann mir hat auch sehr gut vorstellen dass wir mit einer dreier fünfer kette spielen werden ist ja obwohl der nagelsmann ja gesagt hat er wird nächstes jahr mehr mit einer vierer kette spielen weil die mannschaft sich das so wünscht i don't know ich bin sehr gespannt linke verteidiger position sind super aufgestellt da muss gar nichts gemacht werden in meinen augen klar wenn man unbedingt jetzt auf den spieler setzen möchte von stuttgart und ihn verpflichtet ja wie gesagt da muss man vorne halt aussortieren und sieht davis einer vorne ansonsten ist in davis für mich da definitiv gesetzt rechter verteidiger sind wir auch mega gut aufgestellt ja wir haben noch ins dann ist der jetzt sogar eine sehr gute leistung gebracht hat auch da ist halt das problem wenn muss er auch spielzeit bekommen ja die wetter wahrscheinlich auch nicht bekommen wenn wenn er unser neuzugang einschlagen wird wovon ich ausgehe aber selbst wenn nicht haben wir noch ins dann ist als backup und haben natürlich auch noch ein paar war ja also wir haben auch da drei spieler die die position begleiten begleiten könnten also auch da sehe ich absolut keinen handlungsbedarf auch da könnte es höchstens sein dass wenn irgendwie ein angebot von stanisic kommt keine ahnung von zehn meter denke ich auch dass man ihn da verkaufen wird wäre meine prognose ja wir haben auch noch ein saada rumrennen den darf man natürlich auch nicht vergessen aber ich denke der wird mit tribünen gast sein ist es ja bei uns nicht mehr und nicht weniger aber auch das ist natürlich dann für die stimmung im team auch wieder so semi ja von daher ich hoffe wir werden ihn noch irgendwie los in verteidiger position sind wir auch mehr als gut aufgestellt in meinen augen wir brauchen keinerlei in verteidiger auch da das nachgehäule vom süde fühle ich nicht klar wäre schön gewesen wären sie wieder bei uns geblieben aber wie ich schon sagte spieler die nicht bei uns sein wollen tschüss hau rein viel erfolg er wird dortmund super weiterhelfen dortmund hat einen richtig guten transfer gemacht aber wir brauchen ihnen auch keine tränen nachweilen ja wir haben innenverteidiger upa mikano eine absolute granate ja war ein bisschen durchwachsen bei uns keine frage hat aber gezeigt welches potenzial er hat und ich denke er wird auch die nächsten schritte gehen wir haben lukas hernandez was absolutes tier ist als innenverteidiger absoluter terrier auch super stabil immer eine gute form beißt sich auch rein auch wenn er mal nicht so die form hat mega stark und wie ein paar war wenn er das liefert was er gezeigt hat in der dreier kette ja als rechter verteidiger ja ist halt kein typ davis oder ja offensiv als rechter verteidiger findet er hat einfach nicht statt als aber dann trotzdem ganz gut gemacht aber gerade wenn wir mit dreier kette gespielt haben war er mega stark wirklich mega stark hat mir richtig richtig gut gefallen war dann auch derjenige der das heft des handelns in die hand genommen hat der der kommandos gegeben hat der dann auch mal in die mitte gezogen ist und so weiter und so fort und ich denke wenn ich mir jetzt in dreier kette vorstelle mit power hernandez upa mikano alto belly also man haben wir auch in der abgelaufenen saison teilweise gesehen wenn man das dann jetzt auf eine fünfer kette sich hoch denkt mit matsui und davis alto belly dann hast du aber defensiv wie offensiv hast du offensiv außer defensiv heraus die schon richtig richtig rasiert ne bin ich sehr gespannt vierer kette mit nur zwei innenverteidigern puh ich denke oder ich kann mir sehr gut vorstellen dass ein paar war echt so der gewinner werden kann auf der posi ja weil er war für mich schon der spieler der die kommandos umgeben hat der am kommunikativsten war klar auf rechts als rechtsverteidiger schwierig in der abwehrkette aber wenn er mittig spielt und wenn er das heft des handelns in die hand nimmt ja wird es dann interessant zu sehen sein vom leistungspotenzial her wer für mich upa und herrnandez schon so dass in verteidiger paar nummer eins schon schon stark aber von da müsste halt einer der beiden dann auch echt so das heft des handelns in die hand nehmen so von wegen kommandos und die vierer kette organisieren und sowas und das sehe ich bei beiden jetzt noch nicht so aber vielleicht geht ja einer von den beiden den schritt wird man auch sehen aber auch da sind wir super aufgestellt wir haben doch nian zu in der hinterhand ja er ist jung ja er macht noch fehler und so weiter liegt aber auch daran dass er auch keine spielzeit hatte ja sind wir mal ehrlich der junge braucht dann auch einfach spielzeit und auch da kann ich mich nicht nur noch mal wiederholen wir haben vier spieler mit zwei positionen wenn wir mit einer viererkette spielen der muss rotiert werden punkt es muss rotiert werden das gilt für die gesamte mannschaft ja wir haben so ein überangebot auf position dass du nicht sagen kannst jo ihr beide seid jetzt meine in verteidiger für dieses jahr das geht nicht das geht auch nicht im mittelfeld auf den zentralen position das geht auch nicht auf der 10er position und auch auf den außen geht das nicht dafür ist unser kader wenn man sich das aktuell anguckt viel viel zu stark ja man muss die spieler alle einbinden in meinen augen und ich meine soll er sich ein paar radstiege beim ort mal holen er das perfektioniert das rotieren auch ein heinzges und da müssen wir hinkommen ja punkt auch wenn keine ahnung ein kim ich immer 110 prozent leistung und immer sehr sehr gut spielt muss man ihnen trotzdem mal pausen können ja dafür verpflichtet man ein grafenberg mit 19 jahren du kannst ein grafenberg mit 19 jahren nicht verpflichten um zu sagen du kriegst jetzt 250 minuten auf einer saison gesehen das geht nicht ja das muss man sich dann auch vor augen führen wenn man so ein spieler verpflichtet ganz ganz wichtig und ich denke einmal nie wird man auch nicht verpflichtet haben um ihn als backup zu sehen ja das das denke ich auch nicht von daher auch da ja auch klar wird einmal nähe dann auch mal raus rotieren müssen wenn man zumindest ein knabry und ein sané beide mit beiden in die saison geht ja auch das wird sehr sehr interessant zu sehen sein wie sich das so entwickelt also ich sehe unseren kader bisher schon sehr sehr gut aufgestellt also eine defensive sehe ich gar keinen handlungsbedarf wie gesagt sollte da unbedingt ein sosa von stuttgart geholt werden weil ein nagelsmann ihn unbedingt haben möchte sehen wollen würde ja da muss ein sané und knabry verkauf auf jeden fall im raum stehen weil dann kannst du einen davis ein weiter vor ziehen obwohl ich ein davis ein weiter vor als nicht so stark ansehe wie auf der linken verteidiger position weil er einfach aus der tiefe viel viel mehr sein speed nutzen kann als wenn er vorne schon steht und nicht so viel raum hat wo er sein speed nutzen kann ist aber auch nur meine meine bescheidene meinung also von daher sehe ich das nicht und ein sosa da irgendwie als backup zu holen sehe ich auch nicht wie gesagt wir haben ein herrn anders der mehr als ein backup ist auf der posi gar nicht nicht so offensiv dann und richards hast du zur not auch noch ja der sein job auch immer ganz gut gemacht hat in meinen augen da war er mehr dann so der sichere part und so aber ja das ist meine meinung zum aktuellen kader wie gesagt die einzige baustelle die sie ist die 9 ansonsten sehe ich bei uns keinerlei baustelle mehr eine leibach verpflichtung schwierig sehe ich persönlich nicht um das noch mal klar zu sagen denke deswegen haben wir grafenberg verpflichtet der auf der 6 spielen kann er hat in ajax den alleinigen 6er gegeben er kann genauso gut auf der 8 spielen und du hast noch einen juzala der auch zur not auf der 8 spielen kann und das auch gut gemacht hat auch wenn es das nicht so die posi ist aber die 8 ist ja immer noch offensiver wie die wie die 6 und im notfall ja sollte dann ein kimmich ausfallen und ein grafenberg also kein sechser mehr hast könntest du immer noch in janzu auf die 6 stellen da ist das dann mehr die defensivere variante und sollten alle 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 stricke reißen könntest du wahrscheinlich auch noch um juzala auf die 6 mal stellen für ein paar spiele also wir haben halt einen kader der super variabel ist ja wir brauchen dann nicht irgendwie vier spieler für zwei positionen deswegen fühle ich ein leibach nicht wirklich haben sabitzer jetzt gar nicht erwähnt das ist für mich ein absoluter verkaufskandidat denke der wird nicht mehr spielzeit bei uns generieren wie letztes jahr aber gut vielleicht täusche ich mich vielleicht überrascht mich ja der julian nagelsmann mein abschließendes abschließendes fazit ist wir haben einen sehr sehr guten kader jetzt wir haben drei super transfers gemacht chapeau am brazo er hat auch mal grocker zum guten preis verkauft das sahnehäubchen wer noch knabry muss geregelt werden verkauf oder verlängern ein sah muss noch verkauft werden ein richards in der in verteidigung vielleicht noch mal verleihen aber in meinen augen kann ja auch verkauft werden ansonsten aber noch ins dann ist es auch verdammt schwer haben wird kommendes jahr weiß ich nicht ob man da nicht auch ein paar millionen lieber generieren kann ja und halt der fall levy war das ist noch so die baustelle nummer eins der neuner und die andere große sache ein nagelsmann muss in der kommenden saison mehr rotieren so oder so ob wir jetzt noch zwei spiele abgeben noch zwei dazu holen es muss rotiert werden und rot weiße grüße gehen raus das ist meine meinung ihr könnt mir gerne eure meinung da lassen freue ich mich drüber vielleicht seht ihr das ja ein bisschen anders was auch für dich okay ist haut rein bis dann tschüssi